Ja, guten Tag. Ich habe jetzt gerade nicht vergessen, auf Absenden zu klicken. Es geht um etwas, was ich scheinbar bestellt habe. Ihre Anfrage wurde erfolgreich eingereicht. Aufnahme jetzt beendet sozusagen, gleich, wenn wir sehen, es geht um diese SMS um 4.22 Uhr. Ich kann mich nicht erinnern, etwas mit Shimondo gemacht zu haben. Ich war schon überrascht, aber wenn es zu U2 gehört, kann es U2 herausfinden. Ich habe leider kein Tablet am Laufen gehabt über die Nacht, damit wir hätten sehen können, damit ich daraus gar nicht war. Aber Aufenthalt beendet. Könnt ihr gerne kommentieren. Auch die Polizei auf YouTube. Dankeschön.